Arthur Schopenhauer kam 1788 zur Welt. Auf Wunsch eines Vaters, eines renommierten Danziger Kaufmanns, begann er eine Kaufmannslehre, die er nach dessen Tod 1815 abbrach. Als Professor in Berlin versuchte Schopenhauer vergeblich, mit dem von ihm zutiefst gehassten Hegel zu konkurrieren. Er lebte allein mit einem Pudel und pflegte einen strukturierten Tagesablauf. In Frankfurt am Main starb Schopenhauer 1860 nach einer Lungenentzündung. Schopenhauer begriff als Pessimist das Leben als Leiden. In seinem 1819 veröffentlichten Hauptwerk »Die Welt als Wille und Vorstellung« beschrieb er seinen Grundgedanken, dass wir die Welt nur über unsere Vorstellung begreifen, aus der Perspektive unseres menschlichen Erlebens und Wissens wahrnehmen. Voraussetzung für diesen Blickwinkel seien menschlicher Körper sowie leibliche Tätigkeiten. Schopenhauer ist überzeugt vom Prinzip des Determinismus, dem seiner Auffassung nach auch der menschliche Wille unterliegt. Jedes Leben zeigt den Ausdruck von Lebenswillen und bekundet Triebkräfte. Diese entstehen aus Bedürfnissen und Mangel, also aus Leiden heraus. Sie dienen keinem übergeordneten Zweck. Letztlich sind sie aber Aspekte eines unendlichen Weltwillens, der irrational um Verwirklichung ringt und sich dabei selbst schadet. Unser Modell zeigt das Rad des Lebens mit seinen vielfältigen Gestalten, die im Kampf miteinander stehen. Wenn es gedreht wird, kann man in der Mitte den blinden, unbewussten Willen dabei beobachten, wie er ins Dasein drängt. Der Wille bringt die wechselnden Erscheinungen des Lebens in Raum und Zeit hervor und entzweit sich damit selbst. So sehen wir in der Natur überall Konkurrenz. Jede Stufe der Vergegenständlichung des Willens macht der Anderen die Materie, den Raum und die Zeit streitig. Solange der Mensch Sklave seiner leidvollen Bedürfnisse ist, kann er kein glückliches Leben führen. Um aus dem Kreislauf vom Begehren und Leiden herauszutreten, sah Schopenhauer zwei Wege. Die ästhetische, selbstgenügsame Kunst und dabei vor allem die Musik. Sowie die Enthaltsamkeit, d.h. die Verneinung des Lebens und Fortpflanzens. Diese Negation des Willens in der Kontemplation ist in unserem Modell durch einen meditierenden Buddha dargestellt. Über ihm veranschaulicht eine Linse das leere Licht des Nirwanas. Die Überwindung der Individualisierung und Vereinzelung bildet als Mitleid, welches die grundsätzliche Einheit aller Menschen betont, die Grundlage der schopenhauerschen Ethik. Seine vom Buddhismus beeinflussten Grundgedanken formulierte Schopenhauer im Alter von 30 Jahren und baute diese im Laufe seines Lebens weiter aus.